Die Johannes-Kepler-Universität feiert in einem Jahr ihren 50. Geburtstag. Jetzt geht es darum, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir müssen noch viel stärker Schrittmacher für Innovation nicht nur in Oberösterreich sein und damit möchte ich mit meinem Team und allen Angehörigen unserer Universität einen wesentlichen Beitrag leisten. Warum ich an der JKU arbeiten möchte, weil ich mit Herzblut hier dabei bin. Ich glaube, dass das auch ganz besonders wichtig ist, wenn man wo arbeitet, dass man sich voll und ganz identifiziert, das tue ich und außerdem liebe ich Herausforderungen. Ich wollte schon immer Ärztin werden und habe einen ganz ausgeprägten Gestaltungswunsch und Willen und deswegen ist an der JKU der Platz für mich. Meine Vision für die nächsten vier Jahre ist ganz klar definiert und lässt sich auf den Punkt bringen. Ich wünsche mir, dass Studieninteressierte sagen, wenn du Medizin studieren willst, dann musst du nach Linz gehen. Mit dem Vizerektorat für Forschung an der Johannes-Kepler-Universität bin ich in der Lage, die Forschungsinitiativen der Universität mitzuprägen und damit auch die Innovation in diesem Land zu fördern. Mein Ziel ist es, vor allem kluge Köpfe hier an die Universität zu bringen, denn wir können es nur über diesen Menschen schaffen, unsere Forschung und unsere Arbeiten in die Welt hinaus zu tragen. Meine Vision für die nächsten vier Jahre ist, in meinem Bereich die JKU Leistung serviceorientierter zu gestalten und damit auch moderner. Ich möchte dazu beitragen, dass wir im Wettbewerb uns besser positionieren und ein attraktiver internationaler Forschungsstandort werden. Ich möchte, dass sich Studierende vom ersten Tag ihres Studiums an der JKU an willkommen und gut betreut fühlen. Dass es uns gelingt, noch deutlich mehr junge Menschen für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium an der JKU zu begeistern. Dass Studierende, die sich angemessen bemühen, eine realistische Chance haben, ihr Studium in der Mindeststudienzeit abzuschließen. Und letztendlich, dass Studienabschlüsse an der JKU noch mehr zu einem allgemein anerkannten Gütesiegel werden. Wir haben uns an der Universität ein sehr ambitioniertes Ziel schon vor einigen Jahren gesteckt. Wir wollen Europäische Spitzenuniversität werden. Dort sind wir noch nicht. Aber wenn wir dem Ziel ein deutliches Stück näher kommen, dann haben wir viel erreicht. Wir haben uns auch nicht mit den Berengen. Wir haben uns die Berengen. Vielen Dank.